jo leute was geht euer exotics clan ist zurück und ja heute habe ich meine erste nuklear gemacht ich habe mir heute ein bisschen zeit gelassen aber da ich jetzt mein erstes nuklear habe mache ich beim nächsten mal alles viel schneller und viel spaß beim video so Untertitelung des ZDF, 2020 www.feyyaz.tv 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 www.feyyaz.tv